So, jetzt kommen wir zur schönsten Sache der Welt, und zwar dem Essen. Und jetzt haben Sie hier einen richtigen schönen Coffee-Shop. Was kann man denn hiermit alles machen? Ich sehe, da kann man ja sogar richtig Kaffen machen. Ja, richtig. Man kann das hier abnehmen. Sie stecken das wieder rein. Dann haben Sie hier diesen Tabs. Können Sie auch hier reinstecken. Wow. Richtig. Ach, toll. Jede Gast ist eingeladen. Schön. So, und hier haben Sie auch Teller, Besteck, Kaffeetassen. Sie können dazu Hörnchen dazu essen. Hier haben wir auch noch eine Kasse als Keller. Ach ja, richtiges System. Ich habe einen Bärenhunger. Ich würde jetzt unbedingt gerne was essen. Was können Sie mir denn empfehlen? Also, Kaffee brauche ich auf jeden Fall. Genau. Also, jetzt können wir einkaufen. Wir nehmen ein Hörnchen dazu. Ein Hörnchen, ja. Wir brauchen natürlich auch unser Besteck. Den nehmen wir gleich mit dazu. Ja. Wir sind ja zu zweit. Genau. Ah ja, dann essen Sie mit mir mit. Genau. So machen wir das. Himbeere brauchen wir unbedingt. Genau, und das brauchen wir auch nochmals. Dann brauchen wir noch einen Kaffee, natürlich. Cappuccino. Ja, ich würde sagen, genau. Nehmen wir mal so einen. Der Tabs kommt jetzt auch weg. Den müssen wir natürlich auch mitbezahlen für die Kasse. So. Möchtest du das auch noch haben? Ja, das brauchen wir auch noch hier, den Foodjuice. So, wir nehmen noch ein Obst mit. Ja, was Gesundes brauchen wir auch noch. Genau, das brauchen wir auch noch. So, und was kostet das jetzt? Ja, ich denke mal schon mit 4,50 haben wir gut eingekauft. 4,50? Na, das ist sehr günstig heute. Zu Ihnen komme ich gerne wieder. Also, wir haben nicht nur das Kaffeehaus, wir haben natürlich auch einen Supermarkt mit allen möglichen Sachen dran. Wichtig ist auch viel Gemüse und viel Obst. Okay. Natürlich für den... Und weiterhin haben wir eine Kasse auch. Aha. Mit BIP-System. Oh, wow. Sie können auch einen Supermarkt in anderen Farben bekommen. Ah ja, schön. Und ein Einkaufswagen. Sehr toll. Alles, was das Herz begehrt. Super, vielen herzlichen Dank. Danke schön.